Das nachfolgende Video ist einfach nur eine billig nachgemachte Version des Formates Let's Fail von Elena Goonplay. Schau's dir nicht an. Wirklich. Schalte jetzt lieber ab. Okay, ich hab dich gewarnt, aber wenn du wirklich sicher bist, dass du dieses Video anschauen willst, dann viel Spaß. Höh! 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 Den muss ich mir nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Verkackte Scheiße, du kleine Mistgeburt! Alles leimlich, dann wegkommst du in der kleinen Runde. Lucky Survival Games auf dem Funfelserver. Chris, konzentriere dich. Du schaffst das. Du nimmst da eine Kiste aus der Mitte und lootest sie. Neben dir sind Leute frei. Das heißt, du kriegst eine. Los, Chris, du schaffst das. Verkackte Scheiße. Du kriegst ein Schwert. Ein Schwert. Ja. Na. Höh. Ja. Ich hab Sachen. Geil. Ja. Ein Schwert und Schuhe. Ja. Mein Leben ist gerettet. Alter. Alter. Ey. Ich hoffe so, dass wir irgendwas diesmal reißen können. Sonst werde ich diese Folge let's fail. Und dann beschwert sich die Elena bei mir und zeigt mich dann an, weil ich hier Formate klaue. Und das passiert doch sowieso. Naja. Jetzt hier. Manchmal verstehe ich aber nicht, was passiert. Manchmal verstehe ich einfach nicht, was passiert bei diesen Lucky Blocks. Ich drücke aber drauf und nichts mehr Ersichtliches erscheint irgendwie. Oder ich weiß nicht. Manchmal steht auch nichts irgendwie im Chat. Manchmal passiert aber nichts, habe ich das Gefühl. Obwohl eigentlich immer was passiert. Aber ich weiß man hier einfach nicht. Ich verstehe es mir einfach nicht. Man findet hier echt fast nie Kisten. Es gibt hier fast auch gar keine Kisten. Aber ab und zu dann scheinbar doch. Ne? Wenn dir mal dachten, oh, hier sind schon zu viele Lucky Blocks, dann packen sie scheinbar doch auch ein paar Kisten hin. Oh, hier war noch einer. Ne, war er nicht. Ich drücke, wie gesagt, weiterhin auf alles drauf. Einfach, weil ich ziemlich dumm bin und mir da dem Risiko nicht bewusst bin. Das war jetzt gerade ein sehr glücklicher Fall, muss man schon zugeben. Wir haben nämlich jetzt ein Steinschwert des Knockback 2. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das tue ich mir hier daneben. Kann ich vielleicht mal jemanden irgendwo runterboxen oder so? Das ist echt nicht schlecht. Also Knockback 2 ist schon eine nette Sache. Kann man nicht meckern. Energy Stuff, okay. Ich finde, das Spiel muss nach wie vor eigentlich richtig cool laufen. Manchmal, also es ist wirklich sehr glücksabhängig, wenn man am Anfang nichts anständiges kriegt, dann... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Scheiß Viech! Wenn man hier am Anfang nichts anständiges kriegt, ne, dann findet man auch später wahrscheinlich nichts anständiges mehr. Weil einfach, es ist einfach sehr glücksabhängig, wie gesagt, weil, ähm... Ja, steckt auch schon im Namen. Lucky Survival Games. Es könnte man vielleicht denken, dass es auch irgendwas mit Glück zu tun hat, dieser Spielmodus. Aber, ähm, es ist nur so eine vage Vermutung. Ich würde mal nicht darauf wetten, aber... Könnte sein, ne? Und wir wären sogar jetzt auch für einen Kampf voll ausgerüstet. Obwohl, wir haben auch nur drei Rüstungspunkte. Äh, dreieinhalb ist auch nicht so schnorke jetzt. Was sagt das eigentlich nur irgendjemand heutzutage? Ich glaub nicht. Aber ich... Äh, ne, eigentlich ich auch nicht. Was denkt ihr jetzt von mir? Ne, ich sag sowas auch nicht. Ne, ich bin kein komischer Mensch. Nein, das, äh... Oh, da hinten ist jemand, da hinten ist jemand. Ich werde mal schauen, dass ich direkt auf den, äh, zu renne. Und der sieht auch nicht aus, als hätte er besonders viel. Den krieg ich locker. Leute, hoffentlich hat er eine Hose. Hoffentlich hat er eine Hose und nichts anders. Nichts anders, aber eine Dier-Hose. Das, das wäre perfekt. Oh, oh, ja. Ich, ich hab ein Schwein gefunden, geil. Ähm, ist das von dem? Ich weiß es nicht. Weil ich glaub, hier kann man doch irgendwie an Schweine gelangen. Äh, denn ich hab schon vorhin jemanden getötet und der hatte da so eine Angelrute. Oh, der hat aber schöne Sachen. Der hat aber schöne Sachen. Okay, war to it. Äh, easy get wrecked. So, wir haben... Oh, der, der hatte so eine... Oh! Der hatte so eine Route. Ja geil, dann können wir jetzt hier... Alter! In Survival-Games Schweine rein... Oh, Junge! Nee, übertreib. Äh, 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 Alter, wird das episch. Oh mein Gott! Alter, richtig nice. Äh, das, das gibt's doch nicht. Ich brauch doch irgendeinen Namen für dich. So kann... Ich kann doch sonst... Das kann doch sonst nicht angeben. Egal. Peter. Ja. Toller Name. Okay. Ja, ich würd mal sagen... Oh, wow, wow. Da haben wir aber schöne Sachen gekriegt jetzt. Alter. Digga. Scheiße! Ja, Peter, du... Das geht doch so nicht... Alter! Bist du behindert, oder... Bist du dumm? Scheiße. Peter. Äh, Missgeburt hier. Wir... Reiten ist ein Schweineswahlgeist. Das ist super. Das... Wer... Möchte sowas nicht gerne, ne? Und wenn der nächste Typ, auf den wir jetzt zulaufen, der wird sich dann denken... Ja, was ist das für komischer Typ? Vielleicht wird er auch direkt abhauen, weil er einfach nur Angst hat vor diesem krassen Wäure, der auf einem Schwein reitet. Weil das kann ja nicht alle, ne? Alter. Nein. Blüte... Glitsch dich jetzt nicht fest, mein Lieber. Ich würd nur sagen, wir gehen zurück zum Spawn, weil jetzt... Mit... äh... Mit... äh... Peter zusammen... Haben wir einfach... Keine... Haben die anderen keine... Nein. 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 Schei... äh... Alter. Es leckt. Nein, Peter! Nein! Was haben sie mit ihm gemacht? Nein! Nein! Okay. Ich muss sofort drauf. Sofort! Ich weiß nicht warum, aber es ist so eine göttliche Offenbarung. Um Gottes Willen. Okay. Warte! Nein, warte! Warte! Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann musst du leiden, mein Lieber. Okay. Jetzt greift er auch an. Warte mal! Leider Scholli hier! So geht das nicht! Jetzt... Ich gewinne diese verkackte Runde! Okay. Was mach ich hier? Alter! Okay. Oh! Das ist jetzt ganz klar das Kuckuck. Und ich muss mal sagen, das war dann doch am Ende noch eine schöne Runde. Ähm. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und so und tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020